So, einen wunderschönen guten Abend beim Pelzer Stammtisch. Die Schalima und ich haben uns wieder eingefunden an diesem Samstagabend. Den Podcast hört ihr aber wie immer Donnerstag. Und zwar haben wir uns wieder ein spannendes Thema, zumindest für uns, ausgesucht. Und zwar geht es um das Thema Serien. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Also so ein Gespräch mit Bekannten, Freunden und so weiter, kriegt man öfters mal so die Frage, ah, was guckst du gerade für Serie? Ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll. Und, 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 und. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen euch einfach mal unsere Serien-Highlights mit. Und ja, also erzählen einfach, was wir an der Serie so toll finden, warum ihr die unbedingt schauen solltet. Gell, Jessnan? Jetzt. Also ich weiß schon, was Jessnan ihr Lieblingsserie ist, soll ich sagen? The Big Bang Theory? Genau. Also ja, das ist die, die immer geht, sag ich mal. Die läuft hier in Dauerschleife so. Aber so, also das ist, weißt du, weil die hat ja so leichte Kost eher. Deswegen läuft die in Dauerschleife, da kann ich das immer so ein bisschen hören. Und die, genau, das ist meine Lieblingsserie einfach, weil, ja, passt mittlerweile ganz gut auch zu meinem Job. Aber ich fand die damals schon cool mit diesen Nerds und der Penny. Und ich finde es einfach total witzig. Und jetzt, da ich selber so mit so vielen Nerdies zu tun habe durch die Arbeit, ja, erinnert es mich irgendwie noch mehr an meine, an mich dann selbst. Weil ich denke halt manchmal auch, wenn die mit mir sprechen, was redest du da? Vielleicht kannst du uns mal kurz ein paar Fakte geben, wie viel Staffel, um was geht es genau so. Ah, ich glaube, es sind zwölf Staffeln. Ist die Serie fertig oder gibt es so noch? Schon lang, ja, ja, schon lang. Ich glaube, seit 2018 ist die fertig, glaube ich. So grob die Handlung. Also um was es geht, so grob. Ach so, okay, grob. Die Penny kommt aus Nebraska nach, wo wohnen sie? Nach Pasadena und der Lennart und der Schelden, die leben da schon ein bisschen länger. Die arbeiten zusammen in der Universität, weil die sind beide Doktoren. Auf was für einem Spezialgebiet? Chemie oder Physik, gell, so irgendwas, oder? Ja, Physik, also Physik, das weiß ich, aber jetzt genau, weil ich das selber halt auch alles manchmal gar nicht verstehe, was die da erzählen. Ich auch nicht, also. Ja, deswegen, da müsste ich jetzt lügen. Also ich weiß nur, irgendwas mit schwarzer Materie oder so, ne? String-Theorie, weiß ich, macht der Schelden ganz lange. Naja, und die Penny will halt Schauspielerin werden und der Lennart und die Penny lernen sich kennen. Und am Ende vom Lied ist es dann die ganze Nerd-Gruppe. Es ist eigentlich so, die Nerds gehen dann mit den Beautys, sage ich mal. Die haben dann alle eine Frau, Freundin gefunden, bis auf einen, der Ratsch. Genau, aber ja, also das Ende ist dann auch, denn Sheldon und die Amy, also seine Frau, die haben dann einen Nobelpreis gewonnen. Und genau, also am Ende ist es so, dass einfach, sie sind alle noch zusammen irgendwie. Also über diese zwölf Jahre sind sie alle noch zusammen, so die Freundschaft bleibt bestehen. Und die, also das Einzige, was, die einzige Konstante im Leben, das ist dann der Sinn dieser Serie, ist, dass sich immer alles verändert. Also nichts bleibt irgendwo gleich. Also irgendwie schon und irgendwie auch nicht in dem Sinn, dass sie zusammenbleiben, aber alle haben sich verändert. Also niemand hätte ja gedacht, dass der Schelden, ich denke, jeder ist dem, der Schelden ist, glaube ich, jedem ein Begriff, seine Art und wie er sich so verhält. Das hat man ja schon mal so gehört oder mal gesehen so vielleicht. Und dass so jemand dann heiratet, zum Beispiel, das ist ja auch. Oder sich anpassen kann irgendwo, ne, dadurch halt. Und da fühle ich mich eigentlich immer so zu Hause aktuell bei der Serie. Hast du eigentlich auch diese Mini-Schelden-Serie, hast du die gesehen? Da gab es doch so. Ja, da habe ich aber nicht alles davon geschaut. Da bin ich noch gar nicht durch, glaube ich. Also ich habe es, glaube ich, geschaut bis fünf, aber es gibt jetzt, glaube ich, noch eine sechste Staffel. Die habe ich schon nicht geschaut. Die finde ich aber auch cool. Also das Big Bang Theory ist ja so eine Art Sitcom, oder? Kann man sagen. Ja. Nee, es ist eine Sitcom. Ja, Sitcom. Und ist der Young Sheldon auch so? Ich glaube nicht, nee. Also das ist schon A witzig, aber das ist halt eher so wirklich das Leben beschrieben, wo der Sheldon halt einfach jünger war. Was er da alles durchlebt hat, wie es für den war, wo er dann in die Highschool, weil er war ja immer schneller als die anderen, ne? Ja, ja. Der hat ja, glaube ich, irgendwie hat er, glaube ich, erzählt, mit neun hat er seinen Uniabschluss oder was weiß ich. Irgendwie so, also das ist schon krass halt bei denen, ja, die Story so. Und hat ja eine Zwillingsschwester. Also ich war, ähm, 2015 war ich schon in der Warner Brothers Studios. Ich muss gerade überlegen, waren das die Warner Brothers Studios? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Und da waren wir auch am Drehort von Big Bang Theory. Du darfst ja auch tatsächlich keine Bilder machen, weil die gerade die aktuelle Staffel gedreht haben. Damals, ich weiß nicht, welche das war. Und da hast du halt so diese Zimmer gesehen, ne? Also das war wie so ein Riesestudio. Und dann hast du halt so die Zimmer gesehen, einfach nur. Also ja, das war aber auch ganz interessant, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, ich habe Big Bang Theory nie von vorne bis hinten durchgeguckt. Aber ich habe schon einiges geguckt und fand es auch immer nicht schlecht. Also ich finde es so eine Serie, ähm, ja, wie du sagst, ne? Die kann man echt immer gucken, ja? Ja, und das Lustige ist, es ist halt so, ich kann sie immer noch gucken und ich lache immer noch. Also wenn die Witze kommen, lache ich immer noch. Ich lache sogar halt manchmal ein Stück vorne dran, weil ich ja weiß, was jetzt kommt schon irgendwo. Manche Sätze weiß ich auch auswendig und so, kann ich mitreden. Also so krass ist es schon, weil ich glaube, ich habe es jetzt wieder laufen. Ich bin jetzt, glaube ich, schon wieder bei Staffel 4 oder 5, weil es läuft halt einfach so durch. Ja, vor allem, das ist so Serie, wo Mann und Frau gucken kann, finde ich, ne? Also so. Ja, so halt so Unisex. Ja, das stimmt. Ja, also so, das würde ich sagen, so der absolutes Highlight, so Favorit, der immer geht. Ja, genau. Ja, also bei mir wäre es. Also so von dem Genre halt, dass es so lustig ist, ne? Ja, ja. Ja, also bei mir wäre es definitiv die Gilmore Girls, was sonst. Ich hätte es dich eigentlich sagen lassen sollen, aber du hättest es auch gewusst. Ja, also die Gilmore Girls gucke ich mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal im Jahr. Gilmore Girls ist schon eine alte Serie. Ich kann aber nicht sagen, von wann genau. Ich glaube aber so 2000 ungefähr. Um was geht's? Es geht um Mutter und Tochter. Ähm, es ist, ähm, wie nennt man sowas? Drama? Ne, Drama auch nicht. Also es ist zum Teil lustig, aber zum Teil ist es auch nicht lustig. Also es ist sowas zum Mitfühlen, Miterleben, finde ich. Also es ist schon lustig gemacht. So, ach, manche Scherze wurden kommen und so. Also mir geht's wie dir. Ich kann doch schon die Sache, ähm, mitsprechen. Ja. Ähm, aber manche Sachen sind auch nicht lustig. Im Prinzip geht's um die Beziehung von Mutter und Tochter. Und es geht darum, dass die Mutter halt ziemlich jung ist. Also die Lorelei ist die Mutter. Die Tochter heißt auch Lorelei, aber Abkürzung Rory. Und die Mutter hat die Tochter mit 16 bekommen. Und die Mutter kommt aus einem richtigen reichen Elternhaus. Also die Gilmors, die haben Geld, angesehene Vater, angesehene Mutter. Ähm, also, ach, klassisch. Also der Vater arbeitet in der Versicherung, ist so eine richtig angesehene, hohe Position. Die Mutter ist so die klassische, ich nenne es mal reiche Frauenhaus, also reiche Frauenhausfrau. Weißt du, wo es so im Club auch tätig ist? Dann so, ähm, weißt du, so Charity-Vereine und macht so Frauenrunde und Versteigerungen. Und so Kaffeenachmittage organisiert, die immer perfekt gestylt, immer die hoher perfekt, kostümische perfekt. Also so, ne, so der Klassiker. Und die Lorelei, muss ich dir vorstellen, ist genau das Gegenteil. Also die ist total so, ähm, ja, die hört so, was weiß ich, so Rammstein und sowas in die Richtung, ne. Ist halt so ein bisschen freaky, also ach, hübsch. Aber zum Beispiel hat ein Hello-Kitty-Toaster, eine Hello-Kitty-Lampe, halt so ein bisschen ausgeflippt. Auf jeden Fall wollte sie aus dem Elternhaus ausbrechen. Sie hat, ähm, die Tochter mit, äh, einem Mann, der nennt sich Christopher. Also die waren zusammen in der Schule. Die Eltern waren auch befreundet, auch äh, ein reiches Elternhaus. Aber die Eltern wollten, dass die beide heiraten, wo sie schwanger war und sie wollte das halt nicht. Und ist dann von zu Hause einfach auch weggegangen mit dem Kind. Eine Stunde weiter, ähm, quasi nach Stars Hollow. Ähm, dort spielt das Ganze auch. Auch in the Warner Brothers Studios abgedreht in Hollywood. Also wir waren nämlich am Filmset von the Gilmore Girls und do haben wir dann halt auch Big Bang Theory quasi gesehen. und letzten Endes ist es so, die haut dann ab und klopft bei einem Hotel in Stars Hollow und dort bekommt sie dann Arbeit. Also die ist Zimmermädchen. Sie fängt als Zimmermädchen an, wohnt in der Gattenlaube und arbeitet sich aber dann vom Zimmermädchen, also vom Zimmermädchen hoch zur Hotelmanagerin. Also sie leitet am Schluss das Hotel. Also die Serie beginnt, wo sie das Hotel leitet und die Rory ist, glaube ich, 13 ungefähr, wo sie das Hotel leitet. Naja, auf jeden Fall, die Story dreht sich um, dass diese zwei halt eher Beziehungen haben wie Freundinnen. Aber die Rory ist halt total die Streberin, ähm, geht auch dann auf eine Privatschule. Dann muss die Lorelei sich aber Geld leihen von den Eltern, deswegen müssen sie dann einmal die Woche bei den Eltern essen gehen. Und sie hat halt zu ihren Eltern kein gutes Verhältnis, aber die Rory hat ein gutes Verhältnis dann zu ihren Großeltern. Schließt dann als Beste die Schule ab, geht dann nach Yale, studiert. Ich glaube, du schließt die auch als Bestes ab, keine Ahnung, ne. Also das ist so der Storyverlauf. Es gibt sieben Staffeln. Dafür, also die Serie endet im Prinzip, dann gibt's halt noch eine Hauptrolle, das ist der Luke. Das ist einer, der hatte Kaffee. Der ist halt eher so der Holzfällerhemde-Basketball-Cappy-Typ. Aber man merkt halt schon, dass die Lorelei und er sich eigentlich total lieben. Aber es ist immer so, also irgendwie kommt's immer, dass die aber nett zusammenfinden, ne. So, also er ist am Schluss. Die Rory hat in der Serie drei krasse Lieben, also die erste Liebe, zweite und die dritte Liebe dann. Ach, verschiedene Männer, mit der dritten Liebe kommt die Mutter gar nicht klar. Und die Staffel, die mir nicht so gut gefällt, ist, glaube ich, die fünfte oder die sechste, weil da haben die Krach die ganze Staffel über. Da wohnen die Rory, beide Großeltern. Gefällt mir nicht so gut. Naja, egal. Also sieben Staffeln hat die Serie. Es endet eigentlich damit, dass die Rory mit dem Studium fertig ist und will Journalistin werden. Und geht halt, also geht quasi mit, macht mit der Wahlkampagne mit vom Präsident. Und dann kam, glaube ich, zwei Jahre später, ich bin mir nicht sicher, gab's nochmal quasi eine Neuauflage. Das heißt Gilmore Girls Vier Jahreszeiten und es ist quasi vier anderthalbstündige Filme, also vier Spielfilme. Das spielt halt im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es ist so assi, sage ich dir, weil diese Serie, also diese vier Filme, also in den vier Filmen sind Luke und die Loreley endlich zusammen. Aber am Schluss war die Rory halt mit Logan zusammen. Und der Typ, schau dir mal, uh, ja, das ist einfach so, ja, also wirklich so von dem Charakter her, was der spielt, ja, geil. Auf jeden Fall macht er ihr am Schluss, also in der Hauptserie noch, einen Heiratsantrag. Und sie lehnt aber ab, weil sie sagt, sie ist so jung, sie will Karriere machen. In der vierteilige Weiterverfilmung ist es so, dass der Typ verlobt ist mit so einem klassischen Müttersche, was die Familie, weil der ist halt auch super stinkreich und der hat dann halt so eine, wo konform für die Familie ist, wo halt auch so Hausmütter mäßig unterwegs sein will, wobei sein Vater der größte Journalistemagnat in den USA ist quasi. Und letzten Endes ist aber in diesem vierteiligen Film so, dass er verlobt ist, aber ein Verhältnis mit Rory hat. Und die will das immer beenden, aber irgendwie zieht sich das über die vier Filme durch. Und das Ende ist, dass die Rory und die Mutter, ich weiß nicht, du kennst bestimmt diesen klassischen Pavillon, weil an dem Drehort, wo die Gilmore Girls gedreht worden sind, ist auch zum Beispiel Ghost Whisperer, Ghost Whisperer ist dort gedreht, dann Heart of Dixie, ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst. Also so verschiedene und ich glaube, ach, Pretty Little Liars, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du bei Pretty Little Liars dieser Pavillon steht. Also naja, es gibt halt so ein ganz berühmtes Pavillon in dieser Serie, also quasi auf dem Platz von der Stadt. Die beide sitzen halt do, du siehst die von hinne und die Rory sagt zu ihrer Mutter, sie ist schwanger. Und das ist das Ende. Und du wehst schnell, also fertig, die Serie ist fertig und du denkst dir natürlich, denkt man sich, dass es vom Logan ist, aber man weht es nicht. Und das ist halt so richtig krass. Also ich hätte mir immer gewünscht, dass es noch weitergeht, dass man zumindest nur weht, wer der Vater ist, so, ja. Ja, aber irgendwie. Das ist schon hart, also das war weiter schon ein harte Cut. Ja. Also, ja, so im Grobe geht es um das in der Serie. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das Cover von der Serie gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee. Und wer mir die Serie beigebracht hat, die Aggie. Und wo ich das Cover gesehen habe von der Serie, habe ich gedacht, oh Aggie, komm, das ist so meine kleine Farm Country, Scheiß, das will ich nicht gucken, ne. Und die, nee, ohne Witz ist gut, komm, wir gucken mal eine Folge und so. Und wirklich, Halima, es ist so, so geil. Also wirklich, ich habe mich total verliebt und seitdem, und das ist echt schon, boah. Also ich gucke das schon länger, wie ich mit dem Doma zusammen bin. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr 16 Jahre zusammen. Also überleg dir das immer einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal im Jahr. Und ich muss sagen, die reden halt ziemlich viel und ziemlich schnell. Also Leute, die das nicht ertragen, dass viel geredet wird und schnell, für die ist es nichts. Aber Selbische Dommer mag die Serie. Also ich meine, klar, der müsste jetzt nicht zweimal im Jahr gucken. Manchmal sagt er dann, ah, oh komm, ey. Aber, ähm, also er findet die Serie, ach gut. Man kann die schon auch als Mann gucken. Das ist jetzt, also ich glaube schon, es ist schon witzig auch gemacht, ne. Also nicht nur so, also es ist gar nicht so, so Herzschmerz, la la, so, gar nicht. Sondern es ist eher so witzig. Aber es ist halt auch zum Teil, es ist halt auch traurig, sag ich mal, ne. Okay. Aber es ist exquisit. Meine persönliche Empfehlung. Ranking Platz Nummer Uno. Gilmore Girls. Ja, genau. Soviel zu Platz Eins. Aber was gibt's jetzt noch, Shalima? Was guckst du als Zweitliebstes? Ja, also, ich, wie gesagt, was guck ich da noch? Also wie gesagt, Big Bang läuft immer. Aber dann hab ich noch eine Lieblingsserie. Ah, die hab ich jetzt zwar noch nicht so oft geguckt, weil da musst du halt wirklich konzentriert sein. Die Jenny Weisens bestimmt. Ähm, das ist meine Dark-Serie. Aber ich lieb die einfach. Also es ist eine deutsche Serie. Ähm, ja, drei Staffeln nur. Und da geht's um Zeitreisen. Und dann irgendwann auch noch um verschiedene Dimensionen. Und es ist dann auch zum Schluss, ähm, es ist halt voll krass. Auch ein bisschen religiös irgendwo mit dabei. Das hab ich aber versucht, so ein bisschen auszuschalten. Es geht aber noch mit dem religiösen. Es ist nur zum Schluss ein bisschen arg religiös. Aber damit's halt einen Sinn ergibt, weil alles, also diese Zeitreisen, ich kann das jetzt auch so krass gar nicht erklären, weil das ist wirklich schwierig. Weil da geht's halt drum, in der jetzigen Zeit bringt sich ein Mann um, der aber damals, also der aber durch die Zeitreise dahin gekommen ist und ist dann dort aufgewachsen. Der war aber, ist aber eigentlich aus einer anderen Zeit. Und war da mit denen, also ganz schwierig, deswegen, also der war mit denen... Wie soll ich das jetzt erklären? Warte mal, ich mach's nochmal. Der ist in der Zukunft, also in der Gegenwart ist der zurückgereist. Und war dann dort. Aber er ist ja in der, hier, also es ist auch ganz schwierig zu verstehen, wo er dann geboren worden ist, weil er hier in der jetzigen Zeit ist er nämlich ein kleiner Junge. Mhm. Der ist gleichzeitig ein kleiner Junge in einer anderen Familie und ein erwachsener Mann. Und damit das jetzt in der jetzigen Zeit sich nicht verknotet, muss der erwachsene Mann sich umbringen. Und das ist das Erste, was du siehst. Der erhängt sich. Okay. Genau, und dem sein Sohn. Okay. Findet dann den Abschiedsbrief und sagt, du wirst es irgendwann verstehen. Also es ist immer, man kriegt immer auch gesagt, es ist alles miteinander verbunden. So, und der Sohn von ihm. Ja. Also der Mann heißt Michael. Mhm. Sein Sohn heißt... Ah, wie heißt nochmal der Sohn? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, sein Sohn heißt... Da hat auch Jonas. Und der Schulfreund von Jonas hat noch einen Bruder und der heißt Mikkel. Und der Mikkel und der Michael sind ein und dieselbe Person. Aber der Mikkel ist noch ein neunjähriger oder zehnjähriger Junge. Und deswegen muss der Michael sich umbringen. Sonst können nicht beide im selben Jahr sein. Und so schwierig ist es dann. Und im dritten Teil, also nur mal Beispiel, so schwierig ist es jetzt. Jetzt überleg dir alles. Alle reisen dann irgendwann durch die Zeit. Also du musst da wirklich mit Sinn und Verstand dabei sein, sonst blickst du nimmer durch. Und am Ende ist es nämlich so, der Jonas ist eigentlich der Knotenpunkt, weil der Jonas ist der Adam. Und in die, in die er verliebt ist, das ist eigentlich auch irgendwie seine... Das ist auf jeden Fall schlussendlich dann die Eva und dann gehen sie in verschiedene Dimensionen noch, wo nur Adam ist und nur Eva und so. Also es wird dann ein bisschen krass, aber wie gesagt, zum Schluss ist es halt auch so, alles ist miteinander verbunden. Darum geht es eigentlich. Okay, also das ist eher so eine Action-Serie? Nee, Thriller? Nee. Doch, ja, ich würde schon sagen Psycho-Thriller irgendwie. Weil die bringen sich ja auch um. Ja, zwischendrin, Staffel 2 ist ein bisschen mehr Action, weil da sind sie in Future. Da ist dann alles so mit Tschernobyl-mäßig. Bum, 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 so weißt du. Und alle bringen sich, also dann ist es auch Krieg-mäßig. Und im dritten Teil ist es dann sehr religiös, wo dann der Adam- und Eva-Teil noch dazu kommt. Das ist dann der Schluss, dass dann halt alles den Kreislauf ergibt. Und wo läuft die Serie? Auf Netflix. Und es ist auch eine Netflix-Serie. Aber es ist halt eine deutsche Serie, aber die ist halt so krass gemacht. Also sorry, ich habe noch nie eine deutsche Serie gesehen, wo du so viel denken musst. Jetzt allein hier schon, ob das einer jetzt kapiert, was ich hier gequatscht habe, glaube ich, nicht von Anfang an. Nein, also so, wieso kann man sich vorstellen, aber... Ich musste mir selber online den Stammbaum noch mal runterladen, um damit, während ich gucke, um zu gucken, wie gehört was, warum ist was so. Und ich musste auch noch mal nachlesen. Und die Filmmusik ist halt schon geil. Allein das Intro ist halt so eine krasse Musik. Ich liebe diese Musik. Ich kann es jetzt gerne vormachen, aber das Intro ist dann auch als Kaleidoskop so. Die Sachen, die da passieren. Da kommen immer so betende Hände auch zwischendrin oder so. Also es ist... Aus künstlerischer Seite, wo ich das ja betrachten kann, ist es richtig krass dargestellt. Also wirklich allein schon das Intro, die Musik dazu, überhaupt die Musik, die dazu gewählt worden ist, also richtig, richtig gut. Okay. Es ist wirklich mit... Also wenn es um eine Serie geht, wo man was denken muss, dann ist das mein absolut Favorite. Da kommt nichts. Und für das, dass es eine Deutsche ist, ist halt schon krass. Okay. Weil Deutsche sind ja meistens nicht so gut. Nee, also ich wollte schon sagen, so, hä, Deutsche Serie, aber okay. Es ist wirklich, du musst da so viel denken. Und auch die Schauspieler, ich finde wirklich, die sind überhaupt nicht schlecht. Also klar, natürlich ist es kein Brad Pitt oder Johnny Depp oder so, wo der innerhalb von fünf Minuten zehn Rollen spielen kann. Das ist jetzt nett. Aber für Deutsche, wie gesagt, es ist wirklich, wirklich eine krasse Serie. Okay. Nicht schlecht. Habt ihr auch schon mal in meinem Kollegium nachgefragt. Die sehen das genauso. Okay. Nee, also die Serie kenne ich gar nicht. Also ich muss sagen, ja, also neue Serien bin ich nicht so auf Stand. Also ich bin irgendwie hängen geblieben. Also ich gucke immer wieder alle alten Serien von vorne. Das einzigste Neue, was ich tatsächlich geguckt habe, ist einmal, weiß nicht, ob du das kennst, Emily in Paris. Also das finde ich cool. Die finde ich richtig gut, die Serie. Gibt es, glaube ich, jetzt drei Staffeln. Geht es grob darum, dass eine Amerikanerin nach Paris geht, um dort quasi, ja, was ist das, eine Marketingagentur, ne? Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber gesehen habe ich gewinnt. Genau, sie ist Assistentin von der Marketingagentur. Also eigentlich ist sie, glaube ich, auch so ein bisschen Social-Media-Beauftragte, ne? So irgendwie. Ja, und ist das nicht eine Modeagentur oder sowas? Ja, Modeagentur, genau. Also so irgendwie, so grob geht es darum. Und letzten Endes gibt es bis jetzt drei Staffeln. Und es ist auch eher so eine lustige Serie, ne? Aber ich würde sagen, ja, wobei, also die Doma fand es ach witzig, aber ich glaube, der würde es jetzt nicht von sich aus noch mal gucken, glaube ich nicht. Aber die fand ich echt ganz gut, muss ich sagen. Also die hat echt Potenzial. Und was ich geguckt habe, was aktuell ist, ist quasi die Weiterführung von Sex in the City. Wie heißt denn das? It's all about that? Oder irgendwie End, End, ach, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Auf jeden Fall, das finde ich, hast du es gesehen? Ja, also ich... Vor ein paar Folgen, aber dann war das ab oder ausgelaufen, da habe ich gedacht, nö. Ja, also ich muss sagen, ich persönlich mag Sex in the City schon, obwohl als Sex in the City rauskam, habe ich es nicht gemocht. Aber so später, also die Jessie war halt totaler Fan, ne? Und später dann fand ich es echt ach ganz gut und ich finde vor allem auch die zwei Spielfilme, wo es noch gab, gut, ne? Also diese finde ich legendär, muss man sagen. Und ich finde auch die vier Charaktere mega. Ja, also wenn man so überlegt, die sind echt mega gewählt und so, ne? Also ich gucke es jetzt auch gerade noch mal von dem weg, dass es halt viel um das Thema Sex geht. Nichtsdestotrotz finde ich, ich finde es eine richtig coole Serie, die vier emanzipierte Frauen zeigt, die aber auch komplett vier verschiedene Charaktere haben. Also auch vier verschiedene Lebensarten, ne? Also ich finde es wirklich gut. die Neuverfilmung muss ich sagen, ich gucke sie jetzt halt nur, weil ich generell Sex in der City mag, aber also ich muss sagen, also es sind jetzt zwei Staffeln draußen, es ist gewöhnungsbedürftig. Erstens, Mr. Big stirbt in der ersten Folge schon und Gary ohne Mr. Big ist halt Kacke einfach. Dann, die Samantha spielt nicht mit, weil angeblich gab es im Re-Life, im Re-Life gab es Streit, jetzt war die bei der zweiten Staffel, letzte Folge, ganz kurz zu sehen, wirklich eine Minute oder zwei und dafür hätte die Millionen kassiert, hat er doch mal gemeint. Also sie ist auch in der Serie nicht komplett weg, also die Mädels reden über sie öfter, aber die ist halt nicht da und da war es halt ein Telefon an oder ein Ruf. Sie ruft bei der Carrie an und für das hat sie dann anscheinend Millionen kassiert. Das geht ja alles noch, aber das Ding ist halt zum Beispiel, wer Sex in the City verfolgt hat, also es gibt vier Charaktere, einmal die Samantha, ich würde mir die beschreiben als die Sexgeile, die älteste von den Vieren, ist glaube ich auch Marketingmanagerin und wirklich sechssüchtig, nenne ich es mal. Die Miranda, die ist so die, würde ich sagen so die Emanze, nenne ich es mal, die ist Anwältin, auch so eher burschikos gekleidet, heiratet später, bekommt einen Sohn, heiratete aber mit einem Barkeeper, bekommt einen Sohn, aber sie ist eher so der Mann, der Mann, die Frau im Mann oder so, wie man es beschreiben könnte. Die Charlotte ist eigentlich eher so die Feine, so das Mädchen mit dem Traum, dass sie heiratet, Kinder kriegt und immer alles schön und ordentlich, die Haare und, ne? Und die Carrie, würde ich sagen, ist halt wirklich so die Künstlerin, der Freigeist, die schreibt die Sex in der City-Kolumne, immer freaky angezogen, mit so einem Ballerina-Tütü, ihren Malono-Planix, also, ja, das stimmt eigentlich schon wie die Charlie mal so ein bisschen, ne? Also wirklich, sie ist halt einfach so ihr eigener Typ, aber sie wiederum hat, hält an ihr Mr. Big fest, aber auch da will sie nicht so das Steife, heiraten Kinder, sie will keine Kinder, heiraten ja, aber sie will keinen Ehering tragen, also sie will immer so ihr eigenes Ding halt quasi machen, ne? Also so, ich würde mal sagen, so der klassische amerikanische Traum ist so die Charlotte mit heiraten, Kinder und so weiter. So, die Charlotte versucht irgendwann, also die Miranda wird einfach schwanger, will eigentlich nie ein Kind und hat dann aber halt ein Kind, weil sie einfach schwanger wurde, die Samantha will mit Kindern nichts am Hut haben, Carrie will auch mit Kindern nichts am Hut haben und die Charlotte will unbedingt ein Kind und wird aber nicht schwanger. Die sind dann auch in der Kinderwunschklinik und so weiter, dann am Schluss entscheiden die sich, ein Kind zu adoptieren, die adoptieren dann auch ein Kind und dann wird sie schwanger und dann kriegt sie noch eine eigene Tochter und in der Neuverfilmung ist es halt so, dass die Tochter nicht weiß, ob es die Männlein oder Weiblein ist. Also die nennt sich dann Rock. Also ich weiß nicht, wie das gegendert wird auch. Ich kenne mich mit dem ganzen Gegender-Store nicht so aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist die so was, sie weiß nicht, was sie will, so das ist das und die Miranda ist plötzlich in der Neuverfilmung lesbisch, trennt sich vom Steve und kommt zusammen mit, also die ist erst mal mit der zusammen, jetzt sind sie nicht mehr zusammen und das ist so schockierend, weil ich weiß nicht, ob ihr Grace Anatomy geguckt habt, da ist doch die Dr. Torres, die Knochenärztin. Kennst du Grace Anatomy? Nee. Also ich kenne es, aber ich habe es nie geguckt. Ah, okay, gut. Auf jeden Fall die Kelly, Torres heißt die dort und ist halt so voll die hübsche Latina mit langen Haaren und halt auch so wirklich weibliche Figur, wie man es von einer Latina so kennt und in der Serie ist die halt, wie ist so eine Bezeichnung, wie ich jetzt nicht weiß, wie man es ausspricht, also steht auch auf Männer und Frauen. Mir fällt jetzt nicht ein, wie man dazu sagt, auf jeden Fall ist die halt ziemlich kräftig in der Serie, hat kurze Haare und ist halt mit dem Miranda kurzzeitig zusammen. Und ich muss halt sagen, das sind so Sachen, wo ich halt sage, Sex in the City stand eigentlich wirklich für Frauenpower, würde ich mal sagen. Also es hat so, finde ich, in der Zeit, in der Sex in the City rauskam, hat es erstens mal das offene Gespräch über Sex, dass eine Frau über Sex spricht, dass eine Frau mit mehreren Männern Sex hat, hat es so ein bisschen normalisiert, weil davor, ich meine gut, manche Alteingesessen ist immer noch so, aber davor hat man nicht drüber gesprochen, dass eine Frau mit mehreren Männern Sex hat, sonst war sie im Milieu. Also das war das erste Mal, dass Frauen über ihre Bedürfnisse gesprochen haben und vor allem, dass Frauen Karriere gemacht haben und emanzipiert waren. Also das hat es so, diese Frauenpower, sage ich mal, dargestellt. Und ich finde halt, also damals hat es ja auch für Skandal gesorgt, als die Serie rauskam, das war ja schon so, krass, okay. Und ich finde aber, heute ist es halt so, ja, mit der Genderei und dass die Miranda plötzlich lesbisch ist, das ist so furchtbar. Wie soll ich sagen? Es ist immer jetzt alles so. Ja, genau, so erzwungen, alles so nach dem Schema F, was es jetzt halt ist, das finde ich halt blöd. Weil es halt einfach, ja, wie gesagt, die Miranda, dass die Miranda halt eher burschig groß war, okay, aber nicht jede Frau, die ein bisschen ihren Mann steht, sage ich mal, ist gleich lesbisch, weißt du, so, das finde ich halt so ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber ja, ich gucke es mir halt an, weil ich halt, wie gesagt, so Sex in the City ganz gerne mag. Da habe ich es mir halt auch geguckt, aber ich muss ehrlich sagen, wer jetzt Sex in the City noch nicht geguckt hat, es ist jetzt nichts, wo ich sage, würde ich jetzt empfehlen oder dass ich zu dir sage, es lohnt sich jetzt total, dieses Abo zu machen, also gar nicht. Würde ich nicht sagen. Aber, wenn wir schon dabei sind, Sex in the City, finde ich eine coole Serie, die man immer wieder gucken kann. Das finde ich auch so was wie bei dir, Big Bang Theory, weil die geht kurz, die ist lustig, man muss nicht viel drüber nachdenken, also das eigentlich, finde ich, ganz witzig. Oder? Stimmt, könnte ich auch mal wieder schauen, aber läuft die gerade aktuell? Nee, das ist eine Katastrophe mit diesen Streaming-Diensten, das ist ja auch so Thema für sich. Doch, wobei, ich glaube, dass man das eventuell, bei Wu, Wum, Wamm, nee, wie heißt dieser Streaming-Dienst? Wu? Mit W? Gibt es auch so einer, so neun? Wow, ja. Bei dem, glaube ich, kann man es kostenlos gucken, aber bei allen anderen nicht. Finde ich ein bisschen schäbig. Ah, ich glaube, der Angelo hat das aber, weil der da irgendwie Fußball schaut. Ah, dann muss man gucken, ja, weil bei Amazon Prime kostet auch eine Staffel 18,95. Ja. Also ich habe, ja genau, und eine Staffel hat zwölf Folgen. Also ich habe hier die DVD, also ich habe das DVD-Set hier und habe mich jetzt einfach entschlossen, das per DVD zu gucken. Wobei, die Filme kannst du kostenlos bei Netflix gucken, eins und zwei. Und dieses Neuverfilmung bei Sixt. Ah, läuft das gerade? Ja, gut, aber das, ja. Normalerweise gucke ich nicht, das nervt mich mit Werbung und der ganze Scheiß. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, das ist so, das ist zum Thema Sex in the City. Ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt außer die Gilmore Girls keine Serie, wo ich jetzt so, also ich habe ganz viele Serien, wo ich sage, ich finde die mega, zum Beispiel auch Gossip Girl, finde ich für mich auch so mega Serie, wo ich immer wieder gucken kann. Das kann man kostenlos bei Prime gucken, wenn eine Prime-Mitgliedschaft hat. zum Beispiel, ja, das ist schon, glaube ich, eher so eine Frauenserie oder Mädchenserie wahrscheinlich sogar eher, also da geht es auch um New York und da geht es halt um so eine Clique von Jugendlichen, eigentlich von Reichen, die sich benehmen, wie, als gehört ihnen die Welt und es gibt halt einen Außenseiter, der halt in der Bronx, wohnt er in der Bronx? Ne, in Brooklyn, sorry, in Brooklyn wohnt und der das Ganze quasi so beobachtet und es geht darum, dass Gossip Girl ist quasi eine App, oder? So eine App, oder? Wahrscheinlich. Ne, ich glaube, die kriegen eine Mail, oder? Kriegen die auch immer eine SMS? Ja, die kriegen so Nachrichten auf jeden Fall von Gossip Girl und es ist eine Website, es ist eine Website, die aber auch Nachrichten verschickt und da wird halt der neueste Gossip, also der neueste Klatsch und Tratsch über die Leute verbreitet und die Leute können auch an diese Seite melden und dann gibt es halt immer Skandale und manchmal werden Dinge auch falsch dargestellt und wegen dieser Seite gibt es immer Stress unter dieser ganzen Clique und letzten Endes geht es halt, ja, was würdest du denn sagen, was das Fazit ist? Keine Ahnung, vertraue niemandem, weil am Schluss ist es jo the Dan, wo die Gossip Girl ist. Ja, genau, ne, der wollte, aber der hat das ja eigentlich nur gemacht, weil er auch dazugehören wollte, aber zum Schluss hat er auch seine Lektion ja gelernt, der wollte das ja dann, glaube ich, gar nicht mehr machen, ja, weil er die ja eigentlich toll fand, alle. Ja, es ging alles ziemlich um, eigentlich ging es darum, dass man dazugehören will. egal, egal, ob man Geld hat. genau, und ziemlich so um Intrigen auch, ne, aber ich muss sagen, ich finde die Serie ganz gut, aber ich glaube, man muss damit umgehen können, wenn das vielleicht jemand guckt, der zu jung ist und das dann alles so, hab ich Geld nicht, also noch selber kein Geld verdient, dann glaube ich, ist es zum Teil auch schwierig, weil die natürlich stinkreich sind und halt alles gefühlt haben. Ja. Sich auch so vollführen, ne? Ja. Und wenn wir schon bei dieser Frauenserie sind, dann spreche ich auch gleich noch Pretty Little Liars an, weil es gehört für mich alles so in eine Kategorie. Die Serie finde ich auch nicht schlecht, aber das ist so eine Serie, die, finde ich, kann man nicht immer gucken, weil die ist so ein bisschen... Düster. Ja, so ein bisschen düster und da muss man irgendwie Bock drauf haben, finde ich, ne? Also ich muss da Bock drauf haben, die zu gucken. Da geht es darum, dass das, glaube ich, vier Freundinnen sind und eine davon angeblich stirbt, aber am Ende ist sie doch nicht wirklich tot. Also es geht schon so ein bisschen um Psychoterror, ne? Ja, ja. Also die wird richtig gestalkt, ne? Also eigentlich geht es so schon um Stalking, also Stalking bis hin so weit, dass die sich so darstellt, als wäre sie tot, weil sie so extrem gestalkt wird. Also das ist schon wirklich so ein bisschen Psycho, die Serie, ne? Aber ja, also ich finde sie nicht schlecht, aber wie gesagt, ich finde, ich muss da Bock drauf haben. Also die kann ich nicht einfach so gucken. Ja, ich glaube, die kann man auch bei Prime, glaube ich, kostenlos gucken oder bei Netflix, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist eine Netflix-Originalproduktion, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, und genau, das wären so die Serien, aber dann auch mal irgendwie was, was die Männer gucken können. Ich weiß nicht, hast du Lost geguckt? Ne? Aber das ist geil, Schalima. Echt? Hätte ich auch nicht gedacht. Ne, weil ich bei Big Bang sage, die immer bei Lost ist irgendwann, keiner weiß mehr, wo was hier gehört und dann wird es immer dummer oder so. Ja, also ich sage mal so, ich glaube, es gibt fünf Staffeln und es stimmt schon, also die fünfte Staffel ist, die ist nicht gut, aber es geht im Prinzip um Flugzeugabsturz, die stürzen auf einer einsamen Insel ab und irgendwann ist es halt ähnlich, wie du das bei dem Dark erklärt hast, nur dort ist es halt Flash-Forwards und Flash-Backs irgendwie, ja, also die sind dann irgendwie in der Zukunft, dann wieder in der Vergangenheit so mäßig, ne, und am Ende wollen halt alle zurück auf die Insel, ne, also da geht es um eine Zahlenkombination und den Leuten ist allen diese Zahlenkombination im Vorneherein, ähm, haben die diese Zahlenkombination irgendwie erlebt, die stürzen alle ab, versuchen halt zu überleben, von der Insel wegzukommen, am Ende schaffen es auch ein paar von der Insel wegzukommen, aber wie gesagt, dann fängt es an mit so Flash-Forwards, Backflashs und sowas, dann wird es ein bisschen wirrt, paar sterben dann, dann versuchen die zurück zur Insel zu kommen, also es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen, also das Ende ist überhaupt nicht gut, das stimmt, die letzte Staffel, aber davor, die Staffeln sind echt gut und wenn dir sowas gefällt, also ich glaube, es wird dir gefallen, also wirklich, schlecht finde ich es nicht, ja, also ich finde es nicht schlecht, also ich habe es auch schon ein paar Mal noch mal geguckt, ja, aber das, was für mich so ein bisschen mit dazugehört, ist dann, ähm, Prison Break, weißt du nicht, hast du das geguckt? Nein. Nee, ach Gott, also dieser Wentworth Miller, oder wie der heißt, das ist ja, also schall dich mal, ich bitte dich, aber der ist schwul, aber ich glaube, der ist sogar, ist der schon gestorben, glaube ich sogar? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer das ist. Der mit den ganzen Tattoos. Guck mu, google mu, ob der dir gefallen wird. Wie hieß der? Ich gebe einfach ein Prison Break, dann sieh ich den schon. Ja, also da geht es im Endeffekt rum, dass halt, ähm, um zwei Brüder, einer sitzt im Knasch, der andere versucht, ihn aus dem Knasch rauszuholen, die erste zwei Staffeln sind gigantisch, der Rest danach, ich glaube, es gibt fünf Staffeln, der ist einfach nur noch dumm, weil die sind in Amerika im Gefängnis, dann flüchten die, schaffen das auch, dann kommen die aber plötzlich irgendwo in Südien, in Südamerika ins Gefängnis und dauernd im Gefalter nicht. Mhm. Oh. Der mit dem blauen Auge, ne? Ne? Ja. Also ich finde den schon... Ne, ich stehe dann eher auf so einen Channing Tatum oder so. Okay. Aber die Serie... Sein Gesicht gefällt mir halt nicht. Mir gefällt das Gesicht nicht. Das ist mein Problem. Okay. So, ich weiß, was du meinst. Vom Gesamtbild wärst du eigentlich schon so irgendwo mein Typ, aber irgendwie gefällt mir das Gesicht gar nicht. Echt? Also den finde ich schon... Also ja, die Serie ist ganz okay, würde ich sagen. Kann man gucken. Doch, kann man schon gucken. Schon eine gute Serie. Kennst du Lost? Ach, Lost. Kennst du Heroes? Ja, okay. Das ist auch so ein bisschen Science-Fiction-Serie. Also da geht's drum, das könnte dir aber gefallen. Da geht's drum, dass verschiedene Personen verschiedene Gaben haben. Mhm. Also ja, so im Groben. Also ich hab die schon lang nicht mehr geguckt, die Serie, aber die war echt nicht schlecht. Wo ich das jetzt so erzähle, denke ich, ich könnte das mal wieder gucken. Und dann Supernatural, kennst du das? Supernatural, ja, aber das war man früher auf RTL oder so. Ja, genau. Also ich fand's am Anfang ganz gut, aber ich hab's nie fertig geguckt, weil ich glaub, es läuft immer noch. Da geht's um Dämonen, Bekämpfen von Dämonen. Zwei Brüder tun Dämonen bekämpfe. Ja, kann man gucken, aber, ja, ist jetzt nicht so der Burner, würde ich sagen. Aber Game of Thrones hast du gesehen, gell? Mhm. Also Game of Thrones, Jon Snow, also Jon Snow ist ein Schnitzel. Also Schalli mal, Jon Snow. Aber ich find auch diese Daenerys so hübsch, gell? Ey, Wahnsinn, bildhübsch, die Frage. Ja. Also ja. Ich meine, wir wollen jetzt nicht alle nur nach dem Aussehen beurteilen, aber Game of Thrones ist noch nicht eine kleine Serie. Ja. Ja. Bekämpfung von ja, Eis und, wie sagen die immer, Eis und Wasser? Wasser? Nee. Feuer. Feuer, genau. Von Eis und Feuer. im Endeffekt, also ganz im Groben, aber ich glaub, man kann das gar nicht kurz zusammenfassen, um was es so geht. Du gehst drum, dass... Das sind A12 Staffel oder so und du hast ja Erfolg 8. Acht. Ja. Acht Staffeln. Acht. Ja, und du hast ja Erfolg 1 Stunde. Das ist auf jeden Fall zum größten Teil in Kroatien gedreht, in Dubrovnik ganz viel auch, also richtig coole Filmkulisse. Ja, aber man kann es wirklich nicht so zusammenfassen. Also es geht darum, dass die, ja, dass quasi die Toten die Lebenden einnehmen wollen und die Lebenden versuchen, das zu bekämpfen, aber die Länder in sich bekämpfen sich auch noch, weil es geht so um den Thron. Also jeder will, also nicht alle, aber einige wollen halt auf den Thron, also so ganz im Groben, so gesagt. Es ist wirklich kompliziert, aber das ist eine richtig gute Serie, also wer mal Bock hat, so richtig so was Bescheides zu gucken mit Hand und Fuß, das macht Spaß, sollte man gucken und das soll auch, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr soll rauskommen, eine Serie, die nur von Jon Snow handelt. Also quasi, was passiert mit Jon Snow, nachdem er hinter die Mauer gegangen ist? Mhm. Es gibt aber schon House of a Dragon und das ist quasi... Das habe ich angefangen, das fand ich voll dumm. Ja, ich fand das nicht schlecht. Nee, also ich, was mich halt, ja, also es ist ja die Vorgeschichte von den Weißhaarigen da. Also irgendwann habe ich es dann gestoppt, weil ich gedacht habe, oh nee, ist mir zu viel irgendwie, weißt du so, aber vielleicht müsste ich nochmal in Ruhe schauen. Ja, es hat halt mit Game of Thrones an sich eigentlich nichts zu tun. Es ist halt die Targaryens, quasi denen ihre Vorgeschichte, aber man sieht dort die Schauspieler, die in Game of Thrones spielen, gar nicht. Also das spielt komplett vor deren Zeit quasi. Und das ist wie bei Harry Potter mit diesen, wie heißen die, magischen Tierwesen, so. Ah ja, das habe ich auch nicht kapiert, wo du der Zusammenhang seist. Also richtig, ja, Dumbledore habe ich schon kapiert. Ja, Dumbledore und Grindelwald, und das weiß ich, aber das ist ja halt gefühlt 100 Jahre vor dem Braum. Weit hergeholt, ja, also fand ich auch, ja. Ja, also das ist Game of Thrones, jetzt überlege ich gerade, was kann man noch, ah ja, also wer Krankenhausserien mag, also ich kann Grey's Anatomy empfehlen, das gibt es immer noch, also es wird immer noch aktuelle Staffeln gedreht, wobei man sagen muss, viele sind ausgestiegen, als McDreamy gestorben ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der McDreamy richtig heißt, Dresden immer, wie er in der Serie heißt, um ehrlich zu sein, aber also am Anfang mit der Stadtbesetzung war die Serie richtig, richtig gut. Man muss schon sagen, nachdem dann immer mehr von der alten, alten Crew raus sind, ja, war es halt, ehrlich gesagt, wurde es halt nimmer so schön. Und mittlerweile läuft es und ich glaube sogar, dass die Meredith gar nicht mehr mitspielt, das ist eigentlich der Hauptcharakter, Meredith Grey, deswegen Grey's Anatomy. Also im Groben, im Beginn geht es darum, dass quasi Assistenzärzte an das Krankenhaus kommen und das Ding ist, die Meredith Grey ist einer der Hauptcharaktere und ihre Mutter quasi war eine ganz bekannte Chirurgin und zu der Zeit, wo ihre Mutter Chirurgin war, war es nicht üblich, dass Frauen Chirurgen waren. Die hat aber was gehabt mit dem Chefarzt, der aktuell, wo die Meredith als Assistenzärztin hinkommt, ist der Chefarzt dort und mit dem hat die damals was gehabt, da waren die aber beide Assistenzärzte und eigentlich wollten, wollten er seine Frau verlassen, sie ihren Mann und die wollten zusammen weggehen und zusammen sein, aber das haben sie dann am letzten Endes nicht gemacht. Meredith Grey, ihre Mutter kriegt Alzheimer, stirbt auch irgendwann in der Serie und es dreht sich eigentlich alles um die Meredith, ihre beste Freundin, die Christina Yang und die verliebt sich dann in den Max-Sexy und ja, es geht so ein bisschen um Liebe, aber halt auch, dass da halt, klar, Unfälle sind und es wird operiert und so weiter. Ja, es ist keine schlechte Serie, aber viele haben tatsächlich aufgehört, als der Max-Sexy gestorben ist. Ich muss sagen, ich habe es auch nicht weitergeguckt. Also ich habe es mal versucht, letztes Jahr oder so von vorne zu gucken, aber irgendwann hast du auch kein Bock mehr dauernd zu sehen, wie irgendjemand operiert oder so. Da hat man irgendwann auch kein Bock mehr drauf. Das ist schon, das ist dann schon viel, deswegen nein. Nee, habe ich das dann auch nicht mehr weitergeguckt. Aber das war auch so Serie, was die Jessie voll gerne geguckt hat. Die hat auch da alle Staffeln. Kennst du eigentlich noch OC California? Mhm, aber das habe ich auch nicht geguckt. Nee. Also ich habe es damals, als es gelaufen ist, auch nicht geguckt, aber die Jessie war so ein Fan und hat sich die Serie geholt und habe ich bei ihr geguckt. Dann fand ich es eigentlich ganz cool. Das ist ja von Akte X oder so, gell? Ich weiß gar nicht. Kann es sein, ich weiß gar nicht. Also ja, fand ich ganz, es ging, es ging. Also, kann man irgendwann mal gucken. Kennst du One Tree Hill? Nee, gell? Das ist eigentlich auch eine ganz coole Serie, aber ich glaube irgendwie, ich habe auch noch nie auf einem Streamingdienst gesehen, dass man die gucken kann. Da geht es um Basketball. Also ganz grob geht es darum, dass es zwei Stiefbrüder sind. Also quasi der Vater, der Ende ist mit einer Frau verheiratet, hat einen Sohn, den er total pusht, weil er ist halt auch so eine angesagte Persönlichkeit in diesem Ort. Also hat er Autohaus und so weiter. Bevor er aber die Frau geheiratet hat, hatte er eine andere Freundin in der Highschool, mit der hat er das andere Kind. Die sind auch nicht groß auseinander vom Altersunterschied und verleugnet das Kind aber. Also es sind zwei Stiefbrüder, die aber in derselben Stadt groß werden, beide ein großes Talent für Basketball haben und irgendwie finden die aber dann zusammen. Also es ist nicht schlecht, kann man gucken, muss man aber nicht. Wie steht es bei dir mit diesen Vampir-Serien? Nee, Vampire's Diary hast du nicht geguckt. Ich auch nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber ich habe True Blood geguckt. Habt ihr das geguckt? Mh-mh. Ja, das war ganz okay. Es war ein bisschen argsexuell so, aber ansonsten war das ganz gut. Also würde ich sagen, kann man gucken. Aber du merkst schon, ich bin halt so voll auf dem alten Stand irgendwo. Das sind alles so alte Serien und zu 90 Prozent, was ich dir jetzt gesagt habe, habe ich die Serie auch hier. Also ich habe zwei fette Billy-Schränke voll mit Serien. Ja, ja, du horchst das so, ja, ich weiß. Ich habe das im Studium nämlich alles nur gesammelt, die Serie. Aber was guckst du dann so eigentlich, wenn du nicht Big Bangs hielst? Ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich manchmal weiß ich ja gar nicht, wenn du mich jetzt froh dächtst, wüsste ich jetzt gar nicht manche Serie, weil ich die dann einfach gucke, dass ich sie geguckt habe. Bin ich ganz ehrlich manchmal. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Also diese Pretty Little Liars und so, das habe ich jetzt auch schon, das habe ich auch schon geguckt damals und so. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie so Bad Moms oder so hieß es, oder Good Moms hieß es, nee. Ja, ich glaube es, ja, ja, ja. Aber das habe ich halt geguckt. Doch, du hast das geguckt, nee, du hast das aner geguckt mit diesem Diego oder Django oder der Tätowierte da, weißt du, wo die Mutter, wo du so, wo so drei Mütter da. Ach, warte mal. Der Dexter? Mhm. Also eigentlich, Dexter war nicht schlecht. Äh, weißt du mal, was für dich war, ich weiß nicht, ob es wirklich was für dich wäre, vielleicht macht es sich auch. nee, Good Girls hieß es, das hast du auch geguckt. Das war die Blond. Ah, ja. Mhm. Ja. Ist aber nicht komplett fertig, ich habe nur acht Anfang geguckt. Der war halt schon, also das fand ich schon eine gute Serie, muss ich sagen. Ähm, was für, hast du mal Niptack geguckt? Nee, gell? Da geht es um Schönheitschirurge, also es sind zwei Schönheitschirurge, also das Aare, hat die Kosch zum Teil, gell, weil die zeigen zum Teil die OPs, oh, das ist auch ein bisschen, uh. Ja, aber, ähm, Friends ist glaube ich was, was du geguckt hast, oder? Ja. Das habe zum Beispiel ich nicht geguckt. Ich weiß, mir liegt jeder in der Ohre, dass es so eine geile Serie ist, vor allem die Josie, die ist ja da alte Friends-Fan, die Jasse auch. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt. Ich kenne zwar von denen den Chandler Bing, der jo gestorben ist jetzt, und kenne so ein bisschen die Charaktere, also Charaktere, aber ich habe es nie geguckt. Der Chandler Bing, ja. Aber das ist auch nichts, was du so guckst, ne? Ne, also so, also wie gesagt, ja gut, ich bin ja bekloppt mit meinem Big Bang Theory, du. Das ist ja schon nicht normal. Ne. Und was ist mit Full House? Hast du das geguckt? Ja, geguckt, aber... Es gibt auch eine Neuverfilmung, hast du die geguckt? Habe ich auch geguckt. Ne, die habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Ja. War auch nicht so. Ne, also ich denke mir halt, also ich finde halt immer schwierig, wenn du was beendet hast, das wieder Ort zu fangen. Ja, das stimmt. Also es war schon witzig, glaube ich, soweit ich weiß, aber ja, ich denke halt immer, was rum ist, ist rum. Zum Beispiel, ich habe ja auch gerne Prince of Bel-Air geguckt. Mhm. Ja. Da gibt es jetzt A neu, das heißt jetzt nur noch Bel-Air. Und das ist dann dieselbe Story, aber auf modern und auch ein bisschen mehr asozial gemacht, sage ich jetzt mal, so wie es ist, ein bisschen düsterer. Ja. Halt auch. Weil du, du kriegst schon dann richtig die Story mit, warum ist der damals aus Philly, äh, doch, aus Philly, nur Bel-Air und so, also mehr die Story. Weil bei Prince of Bel-Air war es ja sowieso auch eher lustig, weil es Sitcom. Und du ist es ja, du hast ja dann nur gesehen, du war ja das Intro, war ja die Story und dann wurde abgesetzt und du ging es ja dann erst los, so. Ja. Damals. Und jetzt ist es halt so, dass es eigentlich noch viel, also R2 Folge, glaube ich, war ganz, wo er noch in Philly war und dann ist es erst noch bei LR, aber es hat auch nichts mehr mit dem zu tun, was es vorher war, weil die Charaktere sind ganz anders. Also auch die Hillary hat gar nichts mehr mit diesem schönen Dummchen zu tun, sondern das ist jetzt so, die ist schon schön, aber die ist halt eher so, auch so protzig und so emanzipiert, sie will jetzt ihr eigenes Business und so halt mehr so auf dieses Moderne halt getrimmt. Okay. Ist vom Will Smith, ach, glaube ich, mitgemacht Woche, soweit ich das weiß, der hat zumindest den Schauspieler ausgesucht, der ihn spielen soll. Mhm. Ja, also die Schauspieler sind gut, aber, ja. Also aber nicht so mehr. Also heute mit dem, was du du, jetzt kenne ich gar nichts zu du. Nix. Das ist die Story einfach in Real Life, wie es vielleicht wirklich passiert wäre. Ist nämlich auch viel härter, vom Stoff her. Was waren eigentlich, wo du so Teenie warst, bei dir so an Serie bekannt? Steve Urkel, Alle unter einem Dach. Ah ja, stimmt, genau. Das, ja, dann Dode L. Bundy. Ah jo, eine schreckliche Familie, aber die war auch bei uns schon. Das ist zum Beispiel so Serie, glaube ich, wo der Heve immer guckt, um so abzuschalten. Und ich glaube, also der Dommer hat immer die Simpsons geguckt. Der war total das Simpsons-Fan. Dann kam immer noch dieses Duck und Carrie-Doh. Wie hieß denn das? Ah ja, wie hieß denn das? King of Queens. Ja, King of Queens. Das hat die Kroatien immer geguckt, weiss ich noch. Was gibt's denn noch von früher? Ja. War bei dir so das Thema GZSZ? Ja, ich glaube, GZSZ ist bei jedem irgendwo so in seinem Lebensabschnitt so ein Thema. Bei mir war es dann von 2009 bis 2015. Ich sehe das in dein Herz. Warte mal, früher, fünfte Klasse. Ich war 99 in die Schulkommen. 2004. Anna, 2004 so rum. Du wirst, du kamst, du kamst ja dann auf die Realschule und dann waren die alle Also ich glaube, dass zu meiner Zeit GZSZ gerade angefangen hat. Weil ich weiß, dass meine Tante das immer geguckt hat, da war das noch mit dem Andreas Elsholz. Also ganz die Beginne, wirklich. letztens hatte ich mal so einen Monat RTL Plus oder so, weil ich da so Doku gucken wollte. Auf jeden Fall, da habe ich AGZS, da gibt es ja wie viele Tausende Folgestunden, da habe ich mich auf die aller, allererst. Ja. Also ich glaube, das war zu der Zeit bei mir, wo das angefangen hat, mit dem Andreas Elsholz und was weiß ich, wie die da hießen. Also ich muss sagen, ich war da zu jung. Meine Zeit war mit diesem Felix von Jascharov, den kennst du schon gar nicht, da warst du schon raus. Ja. Also ich muss sagen, ich habe in der jugendlichen Zeit eher geguckt, Mariehof und Verbotene Liebe. Gab es das bei dir auch noch? Auf ARD? Ich habe eben gar keine, also Jenny, meine Generation hat keine ARD geguckt, wir haben nur ProSieben, RTL 2. In meiner Zeit war halt, dass wir auch viel Talkshows geguckt haben, so die Spritz und die Arabella oder Arabella Ja, Arabella Kiesbauer, ja. Ja, okay, gut. Ja, bei mir war dann auch über so Themen erzählt, wirst du, wo du vielleicht noch nicht so... Ja, bei mir war noch Gegen den Wind, hast du das noch gekannt? Nee, gell, wenn du ARD geguckt hast, aber 90210, nee, war auch nicht deine Zeit, gell? Beverly Hills, das war ja bei mir, das war meine allererste Lieblingsserie, Beverly Hills 90210, ich hatte sogar die Barbie-Puppe noch von Beverly Hills 90210, also so jung war ich. Nee. Ah, doch, war bei dir nicht Charmed? Ja, aber das habe ich nicht geguckt. Das habe ich nicht geguckt. Ja, ich muss sagen, ich habe es auch nicht so geguckt. Also ich weiß schon, um was es geht, aber ich habe das auch nicht so geguckt. Bei mir war wirklich so Beverly Hills 90210, Melrose Place fand ich auch schon blöd, muss ich sagen. War auch nicht so meins. Und dann bin ich in das ganze Serien-Game erst wieder viel später eingestiegen. Also dann, da war ich wirklich dann schon, ach Gott. Weil ich glaube, es war bei uns dann auch eher so das Thema Reality-Shows irgendwann, ne, mit diesem Big Brother. Das weiß ich noch, die R-Staffel mit diesem Slutgo. Das war irgendwann und dann auch Germany's Next Topmodel, Popstar, so diese ganze Casting-Shows, glaube ich, das fing alles so damals. Aber so richtig Serie, das kam bei mir dann wieder eher später, muss ich sagen. Also gut, als Kind, ja, Lindenstraße, weißt du, kennst du noch die Lindenstraße? Mhm. Ja, das kam immer Sonntags, das hat meine Mutti immer geguckt, mit der Else Kling oder wie die hieß. Ähm, und der Bergdoktor und so Sache, die haben halt meine Großeltern geguckt, ne. Das hab ich als Kind so geguckt. Kenn die Lindenstraße nur mit dem Michael, mit dem Arschbecher und mit der Cordula. Ah, ne, die kenne ich beide nicht. Oder vielleicht Sarah-Anneris Lindenstraße, weil es war so Theater, wo du einer gehockt hast. das mein ich nicht. Lindenstraße war, glaube ich, auf ARD. Ah, das will gerne. Ich hab gedacht, du hast mit deiner Oma vielleicht geguckt. Das war so, also ich würde sagen, es war einer der ersten deutschen Serie, ich kann dir ja nämlich genau sagen, was es ging. Es war, es ging um diese Straße, Lindenstraße und da waren halt mehrere Leute in deinem Haus gewohnt und darum ging es eigentlich. Zum Beispiel der Till Schweiger ist durch die Lindenstraße bekannt worden. Der war Taxifahrer in der Lindenstraße. So wurde der quasi entdeckt. Krass, gell? Ja, ja, voll witzig. Till Schweiger. Ja, gut, also ich mein, guck mal, der Oli P., der wurde ja auch durch gute Zeiten, oder? Oder durch unter uns. Irgendwo hat der mitgespielt, oder guck mal, ich mein, der Will Smith durch Prince of Bel Air ist einer der berühmteste Schauspieler geworden von Amerika. Schon krass, oder nicht? Ja, mit 30, der war doch 30 zu der Zeit. Ja, bei Leder, das war sein Durchbruch. Mhm. Nee, der hat, glaube ich, davor war der auch schon so ein bisschen bekannt. Ja? Ich mein, ja. Ich weiß es nicht. Also, ich kenne ihn bewusst von Prince of Bel Air. Ja, ja, aber der hatte vor, glaube ich, schon was gemacht. Und dann, weil die Hände auch schon so vorgestellt mit, kann das sein, wie alt ist in The Terminator? Ist das schon älter wie Prince of Bel Air? Ich glaube, ja. Aber der Dommer wüsst's jetzt. Ja, ja, der hat nämlich doch, glaube ich, auch mitgemacht, oder? Da war er doch auch die Hauptfigur. Ja? Ich weiß es gar nicht. Oder einer mit dabei, ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Ja, aber wisst ihr, was wir vergessen haben? Hast du Baywatch geguckt? Nee. Auch nicht. Ach, du liebes bisschen. Ja, aber das war ja in der 80er. Ja. In der 80er, ja? Echt, du bist schon so alt. Und den Knight Rider war auch nicht so deins, gell? Das kenne ich nicht mehr. Also, meine Mutter zum Beispiel, die hat geguckt, Falken Crest und der Denver Clan, aber ich glaube, der Denver Clan wurde auch neu aufgelegt, hat mir die Jasimo gesagt. Weil mich jetzt alles täuscht. Doch, ich glaube schon. Okay, also, der hatte ein Rap-Duo vorher und da hieß er persönlich Fresh Prince, deswegen hieß das Ding auch Fresh Prince of Bel-Air. Ah, okay. Aber nee, du hast recht, seine erste Rolle war der Prinz of Bel-Air. Kennst du die Katrin Hegel? Die hat, kennst du die? Die zum Beispiel wurde bekannt durch Grey's Anatomy. Die war Assistenzärztin bei Grey's Anatomy. Ja, sein internationaler Durchbruch hatte der Will Smith mit Bad Boy und Man in Black. Ja, hier kommt Man in Black. Stimmt. Ja, aber du hast recht, also mit Prince of Bel-Air ist der berühmte Woche. Aber da war er 30 Jahre alt, ungefähr knapp oder ein bisschen drüber, 32. Ja, da gucken wir diese zwei Dinge von Full House, die sind ja auch durch Full House so geworgen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie die heißen. Die Olsen Twins. Ja, genau. Die sind ja auch durch voll der Hype geworgen. Die fragt, ob wir fertig sind per WhatsApp. Traut er sich nicht hemmen oder was? Ja, ach klar, wir haben jetzt echt schon wieder lang gequatscht, aber es hat echt mega Spaß gemacht. Ja, gell? Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in das Thema Serie bringen beziehungsweise ein paar Tipps und Anregungen geben für gute Serien, die man schauen kann. Also ich muss halt generell sagen, ich finde so die alten Serien, also mir persönlich fallen die besser. Ich fand, die hatten noch so wirklich so Hand und Fuß und es lohnt sich wirklich da mal reinzugucken und es gibt so eine, also ich habe jetzt vielleicht von einem Viertel gesprochen von einer DVD-Serie, die ich habe. Also ich könnte gefühlt einen ganzen Abend ohne mit Fülle zu erzählen, was für Serien es gibt und um was es geht. Aber meine Herzensempfehlung ist nach wie vor Gilmore Girls auf Platz 1. Aber wenn es so um das Thema wirklich so, sage ich mal, Serie geht, mit ein bisschen Hand und Fuß wie bei dir, Dark, würde ich sagen, empfehle ich definitiv Game of Thrones. Und ich finde aber Sex in the City ist auch so eine Empfehlung, das alte Sex in the City. Ja, weil das ist einfach so ein Klassiker. Oh Jesus. Ja, das ist einfach. Die Shalimar empfiehlt The Big Bang Theory und Dark. Ja. Ja, dann schön, dass ihr da wart und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi, Kowski. Weg You. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.